Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nr. 95 von Company of Heroes 2 Multiplayer Modus. Huch, was ist denn da passiert? Irgendwas explodiert? Merkwürdig? War ja ziemlich laut gerade. Ja, wir sollen uns auf jeden Fall auf Treibstoff fokussieren, da wir ja die Sowjets spielen. Werden wir das auch definitiv tun. Wir spielen 4v4, haben dabei den Phobos, haben dabei den Vlal und haben dabei den Gralomanko. Ja, dann gucken wir mal. Anti-Tank-Quickly. Ja, das ist wohl wahr. Dann schauen wir auch mal, ob das auch hinhaut. Der baut, der baut, der nicht. Ja, das ist wohl wahr. Da spricht da die Wahrheit. Wenn wir uns nicht auf Treibstoff konzentrieren, sind wir relativ schnell verloren. Das ist wohl wahr. So, dann wollen wir mal schauen, was das jetzt für ein Spiel wird. Vor allen Dingen mal wieder im Schnee. Das ist auch immer so eine Sache. Immer so eine Sache für sich. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Ruhe. Das ist gut. So, zack, zack, zack. Ihr müsst Treibstoff holen. Macht mal hin. Lagerhalle. Auch schon krass, wie zerstört diese Lagerhalle hier ist. Und wie groß die vor allen Dingen ist. Das haben sie echt cool gemacht. Mit den Größen der Häuser. Das passt ganz gut. Ja, 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 ja. So ist das. Dann kommt mal ganz schnell hierher. Wollen wir mal hoffen, dass wir den Treibstoff hier auch behalten. Dann haben wir gleich als nächstes mal erstmal Mollys. Da sind sie. Oh. Da habe ich schon ein G. Und ein Bunker. Böse. So. Ballert sie mal weg. Oh, ist okay. So. Ballert sie mal weg. Ui. Gleich mit MGs hier auch. Ah, das ist scheiße. Schön, dass wir hier aber auch so fatt Unterstützung kriegen. Nicht sehr nett. Da will er gleich... Das ist ja wohl ein Arsch. So ja wohl nicht. So ja wohl schon mal nicht. Kommt, kommt, kommt. Ich muss da nur so ein bisschen in die Deckung rein. Jetzt hat er da schon zwei Truppen stehen. Oh nein, halt. Oh, 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 oh. Das wird nichts. Das wird wohl nichts. Na. Das können wir nicht halten. Ich würde mal sagen. Verkackter Staat. Und zwar richtig verkackt. Nicht schön, nicht schön. Gar nicht schön. Tja. Tja. Was machen wir denn da jetzt? Können wir gar nichts im Moment machen. Erstmal nur wieder neu sammeln. Geht mal da durch. Wir sind bereit. Wir brechen auf. Die nehmen jetzt wenigstens das erstmal ein. Oh, oh, oh. Das ist nicht schön. Das ist echt nicht schön, was hier abläuft. Wollen wir uns mal ein bisschen Treibstoff. Die sind da. Gucken wir mal, ob wir da eventuell... Ja. Okay. Hopp. Und weiter. Äh, das haben sie nicht mal geworfen, die Idioten. Sie haben Befälle. Nicht sehr gut. Gar nicht gut. Der stirbt noch. Na, doch nicht. Lucky one, lucky one. Gucken wir mal, was da so geht. Ja. Was machen wir denn da jetzt? Ja, da ist ein MD. Nicht sehr schön. Erleuchtet sie. Na komm. Wir werden unterhören und zurückziehen. Oh, wie das mal überhaupt nicht läuft. Das ist echt übel. Tja, wir bauen jetzt erstmal das. Bauen wir. Warten und frieren. Aber so ganz alleine wird das aber auch nichts. Das Gefühl, dass das hier... Ja. Jetzt holen sie sich das auch. Bringt ja auch dann Scharfschütze, glaube ich, nicht viel. Wollen wir nicht, wenn du dir das so raufschickst, Kollege. Ja. Oh man. Ich glaube... Jetzt können wir voll in die Tonne treten. Ja. Was wollen wir denn da machen? Müsste ich nicht viel machen. Hm. Gucken wir mal, dass sie vielleicht jetzt so... Was sind die denn jetzt eigentlich? Die sind da. Die sind da. Interessant. Aha. Da sind sie. Und jetzt wollen sie auch noch Bunker bauen. Gucken wir mal, dass wir vielleicht... Wohin zielt das Ding? Das sieht man leider nicht. Hallo, wieso habt ihr nicht geworfen? Hopp. Komm schon, komm schon, komm schon. Die. Die, die, die. Knallt ihn weg. Wir sind bereit. Tor den Feinden des Volkes. Na? Der wird doch auch nicht überleben. Das gibt's doch nicht. Okay, der hat den schon aufgerüstet. Krasse Scheiße. Krasse Scheiße. Ja, die nehmen uns ganz gut... Wird gebastelt. Alles weg. Ähm... Warum... kann der da hinschießen? Interessant. Komm mal weg da. Komm mal weg da. Das mit dem Bunker heißt das, das ist hier natürlich echt scheiße. Achtung! Granate! Der stört richtig. Ja. Jetzt kommt da irgendwas anderes. Das war natürlich klar. Aber der Feind will sie zurückerobern. So. Na, klasse. Na, super. Und durch die MG. Ja. Boah, schafft das sogar noch. Ich hatte aber Glück gehabt. So, die bauen jetzt das. Ja, was willst du? Hier sind keine Feindlinge. Dann warten Befehle. Das wird hier so nischt. Wo seid ihr? Da. Versucht einfach mal da nochmal hin. Du schaust dich da mal um. Ähm, ja. Ein bisschen zu nah, würde ich sagen. So, gucken wir mal. Mhm. Okay. Scheiße. Aber sie brennen. Alle verbrannt. Doch nicht. Verdammt. Nein. Boah. Puh. Der eine. So, Bunker. Wir greifen auf. Ach, da haben sie sich verkrochen. Mhm. Nicht nett. Panzerabwehr geht zum Angriff über. Jetzt will er da auf jeden Fall helfen. Für das sowjetische Volk. Ah. Da müssen sie weg. Ganz schnell. Beweckt euch. Oh, was ist das? AT. Scheiß. Drexteil. Rauf da. Ah. Also hat er wenigstens einigermaßen gute Sicht. Mann, 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 ey. Was für ein Match hier. Wow. Das hat weh getan. Das hat weh getan. Da reicht immer noch nicht. Tja. Die werden uns wohl nach Strichenfahrten abziehen. Das wirkt auf jeden Fall ganz danach. Tja. Jetzt kommen die da. Die Flamer. Aua. Na, die werden nichts mehr treffen. Die werden nichts mehr treffen. Tja. Wir können auch gerne noch ein paar davon bauen, aber... Hm. Alles ein bisschen... Für den Arsch. Na, da ist immer noch der Bunker. Den hat's leider nicht zerlegt gehabt. Halt. Was tust du denn da? Gibt denen mal Sicht. Gibt denen mal Sicht. Genau. So. Gucken wir mal, dass wir wenigstens vielleicht ein bisschen was hier hinkriegen. Das wäre ja schon mal ganz nett. Wir starten dem Freit einen Besuch ab. Jo. Da kommt doch schon was. Diese blöden Injis. Okay. Okay. So. Da ist der andere Trupp. Dann gib mal Gas. Halt. Wieso läuft der denn da rum? So. Bin ich ja mal gespannt... ...was da jetzt... ...alles kommt. Die werden uns aus diesem Territorium rauskriegen müssen. Okay. Das ist schon mal nicht so nett. Irgendwo ist hier auf jeden Fall auch ein Sniper da hinten. Böse Scheiße. Böse Scheiße, böse Scheiße. So, die gehen einfach mal außen rum. Keine Ahnung, was ihr da treibt. Leute, Leute! Wir greifen ab! So. Wo ist die? Die ist da. So. Schaffen wir das jetzt? Wäre ja mal was. Was versucht er da? Oder was macht er da? Okay. Wir werden noch mal unbedingt eine Granate loswerden. Naja. So. Wenn wir jetzt da rüber gehen... Na, da. Das kriegen wir bestimmt auf die Fresse. Ja. Das kriegen wir auch so schon. Alter, wie viele Scharfschützen sind denn da? Was? Heftig, heftig, heftig. Naja. Dumme Idee. So, jetzt gucken wir mal. Vielleicht klappt das ja? Sie haben Befehle? Naja. Das wird wohl nichts mehr. Er sieht den ja immer noch. Der sieht den ja immer noch. Ähm. Hat er da einen Trip gelandet? Und 80 in Bewegung. Ja. Das sieht wohl so aus. Ähm. Toll. Ah, der will unbedingt die AT haben. Ja. Ja. Aber so nicht. Suchen Ziele. So, ja wohl nicht. Setz die Feldkanone in Bewegung. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Die wollen die... mit Granate. Autsch. Ja, jetzt holen sie sich das auch schon wieder. Oh Mann ey, wie das hier echt mal nicht läuft. So, wir holen uns jetzt mal eine Kratuschka. Ja, Genosse. Vielleicht klappt das da damit ganz gut. Oh, diese Scharfschützen vor allen Dingen auch, ne? Wie die mir mal auf den Keks gehen. Wir werden auf Kampfpatrouille. Zu diensten. So, hop, hop, hop. Ja, Genosse. Hab keine Angst vor den Kugeln, Genosse. Wow. Alter. Tja. Ja. Die packen er. Ich wusste, dass das irgendwie sowas kommen wird. Packen das jetzt aber eventuell. Zumindest mit dem Einnehmen. Was? Na, krasse Scheiße. Scheiße. Das ist jetzt ätzend. Das ist jetzt richtig ätzend. Ei, 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 ei. Ja, ja, ja. Sind doch dabei. Sind doch dabei. Ah, nein, nein, nein. Ach, Scheiße. Ist natürlich klar, dass jetzt so eine Scheiße passieren muss. So, jetzt gibt den. Super. Das schafft er nicht. Klasse. Kann ich euch mal auch noch mal eben verziehen. Jetzt will das wissen. Wenn wir die hier. Wir brauchen Stoßgruppen. Und zwar schnell. Angriff, Marsch. Bereit. So. Wollen wir mal gucken. Bleiben. Bleiben die Mistkerle in Stöcke. Bleiben die Mistkerle in Stöcke. Was haben sie für uns? So, ein paar Schweine. Aber das hat uns auf jeden Fall wieder ein bisschen zurückgeworfen. Erwarten Befehle. Was wollen sie? Aber wir haben es geschafft. Wir sind bereit zum Abmarschgenossen. Präparieren. Schnell. Puh, Puh, Puh. Wir sind auf Kampfpatrouille. Bewegung. So. Weiter hierhin. Abmarsch. Abmarsch. Und Feuer frei. Bei Lichtkontakt angreifen. Raketen unterwegs. Na, okay. Das lohnt nicht mehr. Hier lohnt sich das. Da wird sich das sogar lohnen. Oh. Da könnt ihr mal hin. Gucken ob ihr den eventuell erwischt bekommt. So, wo ist die? Die ist hier. Da haben sie sich ganz gut verbissen. Aber wir werden das jetzt hier erstmal reinjagen. Was? Wie? Verluste? Wo? Wann? Aua! Das ist scheiß Min oder was ist hier los? Wir müssen abrissen! Wir müssen abrissen! Wir müssen abrissen! So. Der nimmt ... Halt! Ihr nehmt das. Schönes Ding! Ja, ihr könnt eigentlich mal abhauen eben. Da unten ist das Ding. Oh oh. Na. Da jetzt hinzufahren wäre vielleicht nicht ganz so klug. Fahren wir doch erstmal hier nochmal hin. Hat auf jeden Fall seine Ladung losgeworden. Das ist schön. Oh. Was haben wir denn da? So, wo ist die? Die ist da. Da ist ein Panzer. Oh. Oh oh oh. Das reicht nicht. Da ist doch was. So, kommt schon. Hier packt Gas. Oh. Die muss mal eben weg. Gib mal Gas. Gib mal Gas. Gib Gas. Damit du dir noch einen mitgeben kannst. sauberes Ding. Alles klar. Dann wechselst du jetzt mal noch da. Oh. Alter. Die muss mal ein Stück zurück. So, die ist noch auf dem Weg. Oh oh oh. Was für ein Kampf hier. Befehl zur Kampfpartei. Ziel bestätigt. Gut. Die haben jetzt fast alles repariert. Sehr gut. Das hat auf jeden Fall ein bisschen getroffen. Das war jetzt shit. Dass die ausgerechnet da hinfahren musste. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Dreh dich. Ah, der macht mal kaputt. Wie es ausschaut. Oh. Interessant. Schafft sie das etwa noch? Muss man mal ganz schnell weg hier. Weg, weg, weg. Ja, ich hab's gesehen. Aber die Waffe hat keine... Äh, die Waffe, ja. Der Panzer hat keine Waffe mehr. Das ist ja das Problem. Da kommt jetzt noch mehr. Uh. Nein, nein, nein. Ihr müsst da hin. Der will den unbedingt haben. Der Drecksack. Unbedingt. Jetzt hat er auch noch seinen Motor in den Arsch gemacht. Aber er lebt. Haha. Geil. Und einen Tiger haben sie jetzt auch schon. Übel Scheiße. Naja, wir müssen weg. Alles klar. Wow, wow, wow. Naja, wir haben uns auf jeden Fall noch... ...recht lange gewährt jetzt. Schauen wir mal, dass wir das vielleicht noch... Ah, shit, das hätte ich jetzt da reinsetzen müssen. So, da muss jetzt erst mal ganz schnell repariert werden. Uiuiuiuiui. Das ist ein krasses Match. Aber ich glaube, das werden wir auf lange Sicht... ...verlieren. Wir haben ja schon den Nachteil eigentlich. So, ja, wohl nicht. So, ja, wohl nicht. Zack. Komm mal ran hier. Ah, das Problem ist einfach, dass wir gar nicht mehr... ...so schnell die Punkte aufhalten können. Ach, das ist echt schade. Tja, die schießen die eigentlich? Jetzt. Silber. Aber... Wir müssen direkt hier durch. Das lässt sich nicht ändern. Direkt rein in die Scheiße. Hop, hop, hop. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da ist auch noch ein Panzer. Da ist auch noch einer. Oh, weh, oh, weh. Stopp, stopp, stopp. Dreh dich. Dreh dich. Fah, 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 fah. Lass dich nicht so von vorne erwischen. Oh, da ist ja auch noch einer. Scheiße. Aua. Lauf. Ei, ei, ei. Na? Der ist weg. Oh, oh, oh. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Äh, komm rück. Prostet sie nach, genau. Schießt mal auf den. Der kommt klar. Kannst du mal den hier da abknallen Wenn er da noch stehen bleibt Heidadeldei Da schicken wir mal erstmal eine Kartusche da rein Da ist der Panzer Da ist der verdammte Panzer Mach hinne So Jetzt sieht's ja mal ganz okay aus für uns Ihr könnt mal weg da Ja, das war klar Aber im Moment geht's ja noch So, jetzt könnt ihr mal rüberrücken Wo ist der? Der ist hier Weil die eigentlich mal da ganz schnell rüber kann Ui Ah, ah, ah Hat die aber genauso Aha Arschloch 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 Oh Mann, mit den letzten vier Punkten Das ist echt psycho Das ist echt schon psycho Da ist einer von denen Da kommt ganz viel Haut mal ab Ihr könnt euch mal eben ein Feuerschen bauen Wenn Sie das so wollen, Genosse Ja Das haben wir gesehen Und wollen wir hoffentlich verhindern Ja Und rauf mit dem Mist Rauf mit dem Mist Und Poff Nein, der überlebt das Das gibt's doch nicht Ui Schnell, schnell, schnell Schnell, schnell, schnell Nein, hier doch nicht Puh Ui 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 Was da jetzt gerade abgeht Alter Schwede Ich meine, nein, wir sollten da drinnen bleiben Jetzt können wir Jetzt können wir Zack Dann mal bitte die wegknallen Und schön auf den da Ballert ihn einfach nach allen Regeln der Kunst weg Volle Kante auf den rauf Scheiße, jetzt ist das aber in Gefahr Okay Nicht sehr schön Ah, ah, ah Komm schon, komm schon Ballert ihn weg Sauber Boah Jetzt müssen wir aber ganz schnell hier rüber Das müssen wir jetzt irgendwie, genau Verhindern Wow Wow Holy crap Holy crap Holy crap Schneller 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 Move Wow Üble Scheiße Ein Harder Nein Nein, nein, nein Nein, lass dich nicht abknallen Lass dich nicht abknallen Genau Super So So, jetzt Die laufen straight durch Das ist gut Komm, 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 komm Tauchgranate Sauber Den haben sie Den haben sie Auwe, auwe Panzerabwehrwaffen Ja, jetzt haben sie ihn Naja Uiuiuiuiuiuiui Okay, die haben sie auch weggeballert oder wie Ne, haben sie nicht Ach, da ist noch einer, verdammt Komm schon, komm schon, komm schon Ich sehe auch gar nicht, ob die jetzt Ah, die sind gepennt Okay, das ist natürlich doof Da ist noch was, was du eliminieren müsst So, hopp, hopp, hopp Noch ein bisschen weiter Holy moly Diese sind die gepinnt Die Schweine Ein krankes Match Das muss man ja mal sagen Pfft Uiuiuiuiuiuiuiuiui Wollen wir uns nochmal ne AT Okay Ich glaube Das sie´t sehr gut aus Kann man eben schnell hier die Dings holen die AT Alter, was kreist denn hier die ganze Zeit? So, das ist eingenommen Jetzt gucken wir mal Ihr braucht auf jeden Fall irgendwas zum Aufwärmen So, da hinten sind jetzt ganz viele Das machen wir aber echt gut gerade Nein, 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 rückwärts, rückwärts, rückwärts Lass dich da nicht drauf ein So, jetzt kannst du weg Ihr lauft noch, alles Chlor Gar nicht gruppiert, der Gute Eui, 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 eui Eui, 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 eui Jetzt will er es noch mal wissen Dreh dich mal Genau So Und ruft da Ruft da, ruft da, ruft da Super So, jetzt brauchen wir noch mal hier Unterstützung Der kann weg Der kann weg Der auch So Der muss aber noch mal nach vorne Da Immer noch nicht geschossen Okay Oh Da will jetzt was Größeres kommen Marschbefehl bestätigt Die S2 wird angegriffen Die S2 unterwegs Na Wir haben gleich den ersten kassiert Das ist nicht so schön Ah, okay Er fährt Alles klar Gesehen Schon auf dem Weg Schon auf dem Weg Schon auf dem Weg Das müsste aber auch die Jungs reinlassen Genau Genau Super Was wollen Sie? Au Was hat jetzt wehgetan noch mal? Alles klar Sauberes Ding Schöcken wir den mal da hin Der da hin So Ist ja noch irgendwo Okay Da wird glaube ich wahrscheinlich wieder was gehen Da müssen wir auf jeden Fall mal gegen angehen Ja Jetzt gibt's noch mal richtig auf die Nase Das lassen wir nämlich nicht so Oh oh Nein Nein Lauft 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 Einfach rein Nein Dann ihr Dann ihr Dann ihr Dann ihr Oh 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 Ui Jetzt aber ganz schnell Punkte machen Uff da uff da uff da Uff da Ja Ja Da gibt's jetzt noch mal aufs Maul Das halten wir jetzt Oh das ist ja wohl Der Hammer Also das wird Das noch mal mit den letzten vier Punkten Ey Wow Respekt Also Geiles Game Wenn wir das jetzt wirklich noch halten Das wäre ja mal sowas von Porno So jetzt gibt's da noch mal fett Artillerie Oh wir sind auf ein Maximum angekommen So da rockt auch noch mal ein bisschen was weg Geil Wie geil Wir gewinnen das noch Hammer Ja gesehen Machen wir Zack Was Ne jetzt oder Soja wohl nicht Bewegt euch Soja wohl nicht Und Bam Gewonnen Mit vier Punkten Also Krasse Scheiße Nice 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 Also ich hab echt schon gedacht das ist vorbei Auf jeden Fall Aber das ist ja wohl Der Hammer Da bin ich ja mal gespannt Und vor allen Dingen auch nochmal Definitiv ein Super Spiel gewesen Krass 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 Herrlich herrlich Selten so ein Spiel gesehen Egal Egal lassen wir das Das wollen wir jetzt nicht auch schon schreiben Naja Ja war auf jeden Fall ein super super Game Ich hoffe ihr habt Spaß gehabt dabei Und ja Schaltet auch beim nächsten Mal wieder rein Wenn es heißt Company of Heroes 2 Multiplayer Auf bald